Hallo und herzlich willkommen auf sportwetten.org. Wir möchten euch heute den Online-Buchmacher youwin.com vorstellen. Wir zeigen euch heute, wie einfach der Account erstellt werden kann, wie die Ein- und Auszahlungen funktionieren und wie Wetten platziert werden können, zeigen wir euch auch noch. Damit ihr immer von eventuellen Aktionen profitieren könnt, solltet ihr am besten unsere Seite öffnen und hier auf zur Anbieter-Webseite klicken. Wir haben noch keinen Account, deshalb müssen wir erstmal auf jetzt anmelden klicken. Das dauert dann einen kleinen Moment und hier lädt nun eine Maske und hier müssen erstmal die einzelnen Details eingegeben werden. Nachdem ihr die Daten eingegeben habt, müsst ihr hier unten nochmal bestätigen, dass ihr 18 seid und dann auf jetzt mitmachen klicken. Wir haben die E-Mail-Adresse nun bestätigt und jetzt geht es natürlich an die erste Einzahlung. Und man kann jetzt gleich ein Willkommensgeschenk hier entgegennehmen, zum Beispiel 10 Euro einzahlen, 20 Euro Bonus, 30 Euro Guthaben. Das möchten wir euch einfach mal zeigen. Da gehen wir dann auf wählen. Und nun ist es möglich, hier oben den Einzahlbetrag festzulegen. Das sind zum Beispiel hier 10 Euro. Und dann gibt es hier den Bonus in Höhe von 20 Euro und spielbar sind dann 30 Euro. Wir gehen dann noch auf Einzahlung, denn natürlich müssen jetzt noch die weiteren Details eingegeben werden, zum Beispiel die Bezahlung per Mastercard oder auch vielen anderen Sachen. Und hier ist es dann natürlich nochmal erforderlich, die einzelnen Details kurzerhand einzugeben. Nachdem ihr das getan habt, müsst ihr hier nochmal auf Submit klicken, also übertragen. Das dauert nochmal einen kleinen Moment. Aber hier wird nun auch angezeigt, dass das Ganze hier in Bewegung ist, also dass das Ganze verarbeitet wird. Und dann ist die Zahlungstransaktion gleich auch kurzerhand abgeschlossen. Und ich glaube, das war es jetzt auch schon. Wir gehen einfach mal auf die Startseite hier in den Sportbereich. Nachdem wir nun auf der Startseite angelangt sind, wird hier oben nochmal angezeigt, dass wir 30 Euro zur Verfügung haben, 10 Euro eingezahlt, 20 Euro Bonus. Und hier auf der Startseite gibt es nun die unterschiedlichsten Wetten, die jetzt schon angezeigt werden. Zum Beispiel im Bereich Bundesliga läuft da gerade Leverkusen gegen Bremen. Und wir können jetzt hier noch auf Leverkusen kurzerhand klicken. Hier müssen wir noch einen Einsatz festlegen, zum Beispiel nehmen wir einfach mal 5 Euro. Und der Gewinn wäre jetzt in diesem Falle 6 Euro, also die Gesamtauszahlung 11 Euro. Wir gehen jetzt nochmal auf Akzeptieren und die Wette wird jetzt auch platziert. Das dauert einen kleinen Moment, bis dieser Wettschein bearbeitet wurde. Dort warten wir jetzt nochmal kurzerhand ab und hier steht nun auch Wette platzieren. Müssen wir nochmal kurzerhand bestätigen. Die Wette ist ja nun platziert und wir müssen jetzt erstmal auf den Ausgang der Wette warten. Aber wir zeigen euch natürlich noch, wie ihr eine Auszahlung später durchführen könnt. Dafür klickt ihr einfach mal auf eure Nutzernamen hier oben. Und dann gibt es hier die Möglichkeit Einzahlung. Dort haben wir vorhin Geld eingezahlt und natürlich gibt es hier auch wieder die Auszahlungsmöglichkeit. Dort könnt ihr einfach draufklicken, hier den Betrag eingeben. Mindestens braucht ihr 10 Euro. Und dann könnt ihr auf Auszahlung klicken und daraufhin dann die Zahlart festlegen. Also ihr könnt es euch überweisen lassen, auf die Visa oder Mastercard gutschreiben lassen, wie ihr möchtet. Und das war dann auch schon die gesamte Wettseite von youwin.com. Ich persönlich finde sie sehr übersichtlich, mir gefällt das gut. Und auch ansonsten hier oben, das mit den Menüs gefällt mir gut. Man sieht immer, wie viel Geld man noch zur Verfügung hat, wie viel man noch spielen kann. Und das ist insgesamt alles, was einen guten Buchmacher ausmacht. Das war's von uns. Wir wünschen euch nun viel Spaß beim Wetten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.